Leute, ohne Liebe, Menschlichkeit und Zuversicht, da funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Wir alle zusammen können es schaffen, diese Welt jeden Tag ein Stück besser zu machen. Worauf warten wir? Fangen wir damit an und zwar gehen wir alle wählen. Und Leute, egal ob ihr mich wählt oder nicht, geht bitte wählen. Das müssen wir machen, damit unsere Demokratie am Laufen gehalten wird. Vielen Dank dafür.